Bratans, Bratinas, Batuas, was geht ab? Ich hoffe euch eigentlich geht's gut. Ich wollte einmal ein fettes Dankeschön sagen an alle. Frühstück in Paris ist auf 1 gechartet. Ich küsse eure Herzen, 22. Nummer 1, Sänger. Du weißt Bescheid, Berlile. 22 Nummer 1. Berlile, Bratans. D-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Nein, nein, guck bin ich nie wieder. Komm, komm, wir sprengen meine Visa. Visa, Domephrine, Herfriens. December, mein Baby sprang gebrannt. Denn ich hab so viel Cash, dass ich diese Gott-Badammte-Sonne kaufen kann. Das ist meine, aber das ist kein Problem. Was soll ich sein? Visa, ich bin grad aufgewacht und hab'n Glauben gedacht. Komm, wir hauen einfach ab aus dieser blauen Stadt. Einfach chillen irgendwo auf einer Yacht, wie im Essen, wie bei Tausend und einer Nacht. So viele Scheine durchreißen, mit dir durch die Reise. Hey, hey, hoff, wir schreien alles Mögliche. Nein, nein, guck bin ich nie wieder. Komm, komm, wir sprengen meine Visa.